Guten Abend, liebe Zuschauer, hier ist Ihre Lokalzeit Ruhe. Saß ein Mann, 30 Jahre unschuldig hinter Gittern. Ein brutaler Mord an einem 7-jährigen Jungen in Essen wird jetzt nach 32 Jahren wieder aufgerollt. Passiert ist die schreckliche Tat 1985. Der Jungen kommt vom Spielplatz nicht nach Hause. Am nächsten Tag findet die Polizei ihn tot im Schellenberger Wald. Ein geistig behinderter Nachbar gesteht die Tat, landet in der geschlossenen Psychiatrie. Doch dann, Jahre später, legt ein anderer Mann auch ein Geständnis ab. Jetzt soll geprüft werden, ob der erste Geständige möglicherweise unschuldig 3 Jahrzehnte eingesperrt war. Kurz nach Beginn des Prozesses wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, offiziell, um den Angeklagten zu schützen. Es gibt seltene Briefmarken, die sehr wertvoll sind. Aber diese normale Weihnachtsbriefmarke der Deutschen Post aus dem letzten Jahr, Was soll an der bitte schön so besonders sein? Einzelne Exemplare dieser Sondermarke erzielen gerade ziemlich hohe Auktionspreise. Der Grund, 2 kleine Schreibfehler, die dazu geführt haben, dass diese Weihnachtsmarken fast alle eingestampft wurden. Ich gucke auf jeden Fall zu Hause mal, ob ich diese Marken noch irgendwo habe, irgendwo in irgendeiner Schublade. Da bin ich aber wahrscheinlich nicht die Einzige, die das denkt. Auf unserer Facebook-Seite wurde auch schon darüber diskutiert. Sollten Sie noch irgendwo so eine Weihnachts-Sondermarke rumfliegen haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Posten Sie uns gerne ein Foto davon auf unserer Facebook-Seite. Es sind heruntergekommene Bruchbuden, in denen eigentlich keiner richtig wohnen will. Sogenannte Schrottimmobilien, über die berichten wir ja immer wieder, werden oft zu sozialen Brennpunkten. Viele werden von Zuwanderern bewohnt. Einige stehen auch leer da und gammeln vor sich hin. Die Stadt Gelsenkirchen geht jetzt konsequent gegen solche Schrottimmobilien vor. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung von knapp 6 Mio. Euro vom Land. Heute war der Startschuss an der Bismarckstraße. Das soll dann alles ganz schnell gehen. In 2 bis 3 Monaten soll der Schandfleck weg sein. In Bottrop gibt es gerade großen Wirbel um eine AfD-Wahlkampfveranstaltung, die zur Stunde in der Willy-Brandt-Gesamtschule stattfindet. Die Stadt hat der Partei die Aula zur Verfügung gestellt. Schule, Eltern und Schüler haben schon im Vorfeld versucht, das zu verhindern. Und auch sonst formiert sich Widerstand in Bottrop. Viele Bürger haben angekündigt zu protestieren. Stefan Göke, live in Bottrop. Wie ist die Stimmungslage gerade? Das kommt sicherlich an. Vielen Dank, Stefan Göke, nach Bottrop. Gleich geht es noch um das Thema Bildung. Nach den Nachrichten. Nach einem rätselhaften Chemikalienfund hat die Polizei heute Häuser in mehreren Städten im Ruhrgebiet durchsucht. Beamte hatten zunächst in einer Garage in Neukirchen-Flühen Substanzen entdeckt, aus denen man eine Bombe bauen könnte. Der Garagenbesitzer wurde festgenommen. Danach kam es zu weiteren Durchsuchungen und Festnahmen. Wegen des Umfangs der Ermittlungen ist die Zuständigkeit auf die Polizei in Essen übergegangen, die für größere Gefahrenlagen gerüstet ist. Weitere Einzelheiten zu dem Fall wollte die Polizei bisher nicht mitteilen. Nach dem Unfall im Essener Hafen am vergangenen Freitag melden sich immer mehr Anwohner bei der Stadt, deren Elektrogeräte Schaden genommen haben. Mehrere tausend Stahlarbeiter sind heute Nachmittag zur Betriebsversammlung von ThyssenKrupp-Stiel in Duisburg gekommen. Sie erhofften sich Aussagen des Firmenvorstands zur Zukunft der Stahlstandorte im Ruhrgebiet. ThyssenKrupp hatte angekündigt, 500 Millionen Euro einzusparen und Arbeitsplätze zu streichen. Vergangene Woche wurden dann aber Pläne bekannt. Der Konzern wolle einen dreistelligen Millionenbetrag investieren in die Produktion von Autoteilen in Nordrhein-Westfalen. Ob dafür ein bestehendes Werk erweitert wird oder ein neues Werk gebaut werden soll, ist noch unklar. Autofahrer müssen ab heute Abend im Ruhrgebiet mit Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen rechnen. Und das waren die Nachrichten. Seinen 64. Geburtstag hat Thomas Middelhoff heute auf der Anklagebank verbracht. Der Ex-Manager von Arcandor steht wieder hier in Essen vor Gericht. Es geht um Anstiftungen zur Untreue und um Millionen. Kurz vor der Pleite soll Middelhoff hohe Summen an Sonderbonuszahlungen erhalten haben. Dafür müssen er und sechs ehemalige Aufsichtsräte sich jetzt vor Gericht verantworten. Ein großes Thema jetzt im Wahlkampf ist auf jeden Fall die Bildung. Die Schulpolitik wird von Politikern und Eltern heiß debattiert. Abitur nach acht oder neun Jahren am Gymnasium. Warum fällt an allen Schulen so viel Unterricht aus? Wie klappt es mit der Inklusion? In Mülheim haben Eltern und Schüler von der Gesamtschule und vom Gymnasium mit Politikern über diese Punkte diskutiert. Gleich geht es noch um Nachwuchs bei Störchen und um den Blick in den Himmel. Was tut sich da in den nächsten Stunden noch? Wie sieht es mit Regen aus? Aber erst mal die Tipps und die starten mit Soul. Jetzt besuchen wir noch einen Storchenhorst. Da ist gerade richtig was los. Fünf kleine Schnäbelchen wollen satt werden. Es gibt im ganzen Land viel mehr Nachwuchs bei den Störchen als sonst. Allerdings sind fünf auf einen Schlag schon was ganz Besonderes. Die Störche müssen auch nicht mehr frieren. Es ist endlich warm. Haben Sie es heute auch so empfunden. Nach den zehn kalten letzten Wochen. Gucken wir mal, wie die nächsten Tage werden. Jetzt werden die Wolken ja schon ein bisschen dichter. So ganz ungetrübt wie heute Mittag sieht es nicht mehr aus. Aber es ist immer noch warm. Und so geht es weiter. Bleibt es wohl freundlicher und auch wärmer. Danach deutet sich allerdings wieder wechselhaftes Wetter an. Und auch die Temperaturen gehen leider wieder zurück. Ist aber noch nicht so ganz sicher, dieser Trend. Das war es von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.